Hier sind die Sonntagsfragen auf WDR 2. An amerikanischen Schulen ist es gang und gäbe und inzwischen lernen auch bei uns Schüler, öffentlich aufzutreten und vor einer Gruppe zu sprechen. Mitarbeiter werden geschult, Chefs gecoacht, Eva Loschki, Logopädin und Stimmtrainerin. Warum haben so viele Menschen Bammel davor, vor anderen zu reden? Warum sind diese ganzen Übungseinheiten wichtig? Ich glaube, wenn man vorne steht oder wenn sich alle Augen aufeinrichten in der Teamsitzung oder in der Schule, das ist ein bisschen so, als würden wir nackt dastehen. Und da haben wir eine gewisse Scham und das äußert sich, dass wir plötzlich rot werden oder unsere Stimme wird ganz leise, zittrig, unser Atem wird flach und wir können nicht mehr dann das Potenzial zeigen, was in uns steckt. Und das ist so schade, denn eigentlich möchten wir ja loswerden, was uns auf der Seele brennt. Das ist ja, ich denke, das Anliegen oder ich finde, das sollte das Anliegen von allen von uns Menschen sein, dass wir wirklich das, was uns bewegt, auch der Welt mitteilen. Und da haben wir so eine Scham, weil wir ziehen uns quasi im übertragenen Sinn aus und da reagiert unser Körper auf diesen Stress, auf diese Emotion. Es schnürt sich alles zusammen und dann plötzlich ist es uns peinlich, was wir sagen und wir möchten lieber zurück ins Schneckenhaus. Und das zu tun, sich zu zeigen mit der Stimme, mit dem, was man denkt, ich finde, das braucht Unterstützung. Das verlieren wir im Laufe des Lebens. Als Kinder haben wir das noch. Sind es denn vor allen Dingen die Schüchternen, die zu Ihnen kommen und bei Ihnen ein Sprachtraining machen möchten? Nicht nur die Schüchternen, sondern es sind im Grunde immer Menschen, die sagen, ach, ich habe so viel zu sagen und trotzdem, man hört mich nicht, man hört mir nicht zu. Es sind manchmal mehr Frauen, die das Problem haben, die sagen, zum Beispiel in der Mint World, also bei den ganzen technischen Berufen, wo sie unterrepräsentiert sind, wenn sie was sagen in der Teamsitzung, dass sie nicht laut genug sind. Und die Männer sagen oft, naja, irgendwie, ich nuschele, ich bin langweilig, ich bin stocksteif, ich kann nicht überzeugen. Das heißt, Sie üben dann richtig mit denen, wie man präsentiert. Also Sie gehen nicht nur aufs Stimmtraining, sondern natürlich auch auf die Körperhaltung. Körpersprache und Stimme, das gehört alles zusammen. Welche Entwicklungsstadien durchläuft denn eine Stimme? Vorhin sagten Sie, dass Kinder noch ganz normal reden mit ihrer Stimme und sich auch noch ganz normal präsentieren können. Welche Entwicklung nimmt das dann? Ja, also stellen Sie sich mal vor, ein Baby, was auf die Welt kommt, das ist eigentlich ein Weltklasse-Sänger. Denn die schreien doch stundenlang oder man hört es bis zum Nachbarhaus und sie sind nicht heißer hinterher. Denn wenn Sie auf die Welt kommen, da wählen Sie aus einen Teil, zum Beispiel wenn man Deutsch als Muttersprache hat, wählt man aus diese deutsche Klangpalette über Nachahmung. Wir imitieren unsere Bezugspersonen und so lernen wir die Sprache, werden kommunikative Wesen. Und jetzt reden wir und oft können wir dann schon als kleine Kinder schneller denken, als unser Sprachvermögen ist. Dann kommt es manchmal, dass es holpert, ein bisschen stottern, wir machen Fehler, wir machen die S-Fehler falsch, wir verwechseln T und K und so weiter. Und jetzt ist es entscheidend, wie unser Gegenüber reagiert. Wenn das jetzt unterstützend reagiert, indem es einfach korrekt wiederholt, was wir vielleicht ein bisschen falsch gesagt haben, dann ist das eine Unterstützung. Denn dem Kind kommt es auch nur auf den Inhalt an. Es will erzählen, was es im Kindergarten erlebt hat oder in der Schule, das will es loswerden. Und es kommt ihm nicht auf die Form an. Aber wenn der Erwachsene mit der Form ihm begegnet und sagt, die Form ist falsch. Und wissen Sie, das kennt doch jeder. Vielleicht kennen Sie es auch aus Ihrer Kindheit. Red nicht so schnell, red leiser. Zappel nicht so rum, red lauter. Oder denk erst nach, bevor du sprichst. Und dann ziehen wir uns so zurück. Der Mund wird kleiner, kleiner, kleiner. Und in der Schule werden wir ja für das, was wir sagen, auch noch benotet, so eigentlich unsere schöne Blüte vertrocknet. Und wenn wir dann wieder Selbstbewusstsein haben als Erwachsene, dann können wir wieder lernen, diese Blüte zu entfalten. Also hat das wirklich ganz eng was mit dem Selbstbewusstsein zu tun, ob ich jetzt so ein Piepser werde oder ein grundsolider Alt oder Bariton? Ja, also bin ich fest von überzeugt, dass Kinder, die sehr selbstbewusst sind und ständig eins auf den Deckel kriegen. Dass die sich einfach zurücknehmen. Weil wer hat denn dazu Lust, sich zu zeigen, sich zu präsentieren und dann nur kritisiert zu werden, was übrigens eine typisch deutsche Eigenart ist.